Rolly, bitte melden! Wir brauchen deine Hilfe! Kaidu-Ei! Deine ersten Worte! Nein, Rolly! Hier sind Bingo und Hissi! Schnell! Wir sind in einer Höhle eingeschlossen! Keine Sorge! Ich komme und rette euch! Nur, was mache ich mit dem Ei? Mann, oh Mann! Bingo und Hissi brauchen mich! Was soll ich nur tun? Du, Ei, kommst mit auf meine Mission! Okay, Bingo! Ich bin jetzt hier im Wald, wo lauter bunte Vögel herumfliegen! Was nun? Geh schön immer weiter! Aber pass auf, da sind... Löcher! Alles in Ordnung mit dir? Oh nein, du schlüpfst! Wenn das jetzt passiert, denkst du, dass ich deine Familie bin! Also mir macht das gar nichts! Aber deine richtige Familie wäre sicher traurig! Wir müssen uns beeilen! Okay, lauf immer weiter in den Wald mit diesen gruseligen Bäumen! Die Bäume sind gruselig! Weiter geht's! Wie sagte ich so schön? Es ist ganz normal, Angst zu haben! Ich bin bei dir! Du schlüpfst echt schnell! Rolli, bist du das? Bingo! Wo bist du? Hinter den Felsbrocken! Klasse! Du wartest hier, Kai! Und jetzt guck! Hier ist die Rolli-Power! Du schlüpfst! Du schlüpfst! Du schlüpfst! Und Kiwis bauen gar keine Nester! Kiwis legen ihre Eier in Erdlöchern ab! Unter, nicht über der Erde! Wartet mal! Wenn Kai aus einem Erdloch gekullert ist, dann kann das gar nicht so weit von seinem Fundort entfernt sein! Das kann sein! Wir haben die ganze Zeit in den Bäumen gesucht! Nicht auf dem Boden! Also, ich glaube, da schlüpft einer früher, als uns lieb ist! Nicht nach meiner Rechnung, Hissi! Und dabei bin ich gar kein Eier-Experte!